Wie viel Zeit braucht man, um eine vernünftige Verteidigungslinie zu bauen? Das ist pauschal wahrscheinlich nicht zu sagen. Und was ist vernünftig? Es würde massiv auf Mittel ankommen, auf Finanzen, auf Personal. Wenn Sie 200.000 Arbeiter haben mit den entsprechenden Maschinen und entsprechendem Beton usw., dann haben Sie in zwei Wochen vielleicht eine Verteidigungslinie, an denen der Gegner ein halbes Jahr aufgehalten wird. Wenn Sie das nicht haben, dann können zwei Jahre Vorbereitungszeit nicht genug sein. Also es ist nicht wirklich seriös zu sagen. Es wird ganz erheblich vom Materialaufwand abhängen. Und hier zum Beispiel ist wichtig, wo bauen Sie die Linie? Wenn Sie die Linie hier bauen, hier, dann können Sie realistisch nicht viel mehr machen, als ein paar Schützengräben ausheben. Und die im Idealfall noch nicht mal mit Baggern. Denn wir reden hier von einer Distanz von der Front von vier Kilometern. Da fliegt jede FPV-Drohne. Wenn hier ein Bagger herumfährt und aufzubaggern, dann wird der mit einer Panzerabwehrrakete abgeschossen. Dann wird der mit einer FPV-Drohne zerstört. Das heißt, wenn die hier Befestigungen bauen, dann sind es Personen, sind es Fußgänger mit einer Schaufel. In weiten Fällen. Und da kann man den Schützengraben aushängen. Wenn Sie natürlich die Befestigungslinie hier bauen, dann ist es schon ein bisschen besser. Wobei es hier wahrscheinlich auch noch Gefahr durch FPV-Drohnen ist. Dann müssten Sie noch, wenn Sie jetzt natürlich hier eine bauen, 35 Kilometer hinter der Front, da können Sie dann langsam anfangen, schwerstes Gerät zu benutzen. Schaufelbagger, entsprechende Maschinen, zivile Baumaschinen. Die, die halt im Hausbau benutzt werden, die können dort dann verwendet werden. Aber dazu muss halt die Entscheidung getroffen werden, hier eine Verteilungslinie zu bauen. Was aus psychologischen Gründen natürlich nicht ideal ist. Denn wir haben das ja. Ich meine, Sie wissen, Sie haben alle die Bilder gesehen, wie Butcher aussah nach der Befreiung. War das Butcher, wo die WDW-Einheit komplett aufgerieben wurde? Dieses ikonische Bild, wo ein BMD-Wrack nach dem anderen aufgereiht ist. Und links und rechts sind die Häuser zerstört. Inzwischen sieht es aus wie eine wunderbare Vorstadt. Die haben komplett alles aufgeräumt, komplett den ganzen Schutt beseitigt, komplett alle Häuser renoviert. Die Arbeit, die man in die Renovierung der Häuser gesteckt hat, die hätte man theoretisch natürlich auch im Bunker stecken können. Den Beton, die Steine, das Holz. Aber hier kommen wir halt wieder an den Punkt an, dass die Ukraine ein Staat ist, der eine politische Führung hat. Kommen wir wieder bei dem politischen, militärischen Gegensatz an. Selenskyj muss seinem Volk vermitteln, dass es wert ist, in der Ukraine zu bleiben. Denn wenn die alle abhauen, dann hat er keine Steuernahmen mehr, dann hat er keine Rüstungsproduktion mehr, dann hat er keine Soldaten mehr. Und er muss ihnen vermitteln, dass das nicht alles katastrophal ist. Und dazu ist es schon aus psychologischen Gründen wahrscheinlich ein Wiederaufbau notwendig. Und hier kommen halt diese Gegensätze, spielen sich miteinander und reiben sich aneinander. Und das führt halt dazu. Weil man halt die Situation militärisch gesehen, wäre es natürlich das absolut Richtige, jede einzelne Ortschaft im Prinzip zu befestigen. Jede einzelne Brücke mit Bunkern zu versehen und so weiter. Aber aus politischen Gründen ist es halt wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung. Das kann halt dann in einen Konflikt geraten. Denn der Ukraine hilft es auch nichts, wenn sie das ganze Land verbunkert, darüber aber pleite geht und jeder, der kann, das Land aus Angst verlässt. Dann hat sie auch nichts gewonnen. Dann hat sie zwar Bunker, aber das Land ist trotzdem verloren. Also nicht so einfach zu sagen, bedauerlicherweise. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.